Annemarie, 40, und Beine Carpendale, 41, sind offenbar Eltern geworden. Das berichtet, Bild am Sonntag. Demnach soll das Baby Ende der Woche auf die Welt gekommen sein. Für das Paar, das seit über 10 Jahren geirrt und seit 2013 verheiratet ist, ist es das erste Kind. Geschlecht und Name sind bisher nicht bekannt. Hier gibt es, Lebe Dein Leben, mit Robert Carpendale und Beine Carpendale. Die TV-Moderatorin hatte sich im April mit einem Bild auf ihrem offiziellen Instagram-Account in die Babypause verabschiedet. Am 5. November 2017 verkündete das Paar ebenfalls über das soziale Netzwerk Instagram, das erste gemeinsame Kind zu erwarten. Seitdem postete die 40-Jährige zahlreiche Babybauchfotos.